Es gibt drei Arten von Lebewesen in diesem Zoo. Erstens gibt es Besucher, die herkommen, um etwas zu sehen. Zweitens gibt es hier Tiere, die man beobachten kann. Die dritte Kategorie sind die Menschen, die im Zoo leben. Die dritte Kategorie ist die Wenn du was nicht verstehst, frag nach. Untertitelung des ZDF, 2020